Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von The Evil Within und es bahnt sich ein großes Desaster an. Da vorne dieses schnaubende, scheinbar verhungernde Hundefiech da vorne wird uns wahrscheinlich gleich den Arsch aufreißen. Hier werden viele schöne Tote sterben, habe ich schon, spüre schon im Bauch. Oh Gott, ich habe jetzt zwei starke Schlucke Kaffee genommen, also zwei große Schlucke, wird mir auch nicht helfen, aber was soll's. Und ich merke schon, nach dieser Aufnahmesession werde ich wieder mich auf dem Sofa zusammenkauen und Selbstmitleid betreiben. Ist das wie hässlich? Alter, ich schluck schon wieder. Ich hab echt gerade die Hose voll. Alter, ich hab so die Hose voll. Das wird sich über einen Haufen grünes Gelee geben. Aha, hier geht's weiter. Ob das so toll ist? Aha, ein Ausgang. Gehen wir mal kurz auf die Seite. Alter, ich hab Muffen zuhause und echt, jetzt sieht er schon wieder. Also wirklich, ich hab echt Angst. Ich freue mich, wenn wir das Spiel hier geschafft haben, echt, ich freue mich wirklich drauf. Und dass ich dann wieder mal irgendwas zocken darf, was ruhig ist. Vielleicht schon was mit Kämpfen zu tun hat, aber nicht sowas wie das da. Gott. Ich wollte nur schauen, ob es irgendwas gibt. Alter. Schaut nicht so aus. Ich habe ein riesengroßes, ungutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass der gleich da auf der Seite bei der Wand rausbricht. Wenn wir hier... Nämlich hier. Kriegst du das auf? Was? 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 Alter. Kontrollpunkt. Schön. Alter, jetzt sieht er gerade. Wo ist er? Alter, ich sehe nicht. Da, 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 da. Alter, meine Beine. Alter, jetzt sieht er, du hast voll krass. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich habe die Hosen gestrichen. Voll. Alter, ich werde so verrecken. Ich weiß nicht, wo ich machen soll. Okay, beruhig dich, beruhig dich. Es wird alles nur noch schlimmer. Es beruhigt, beruhigt dich, beruhigt dich. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo das Viech ist. Ich weiß, seine Schwachstelle ist der Hals. So viel haben wir rausgefindert, ne? Okay. Es ist Kontrollpunkt. Das ist jetzt eh scheißegal. Es wird schon irgendwann besser werden. Wo ist eigentlich mein Partner? Ich glaube, der hat er gefressen, ne? Schau, ich bin nicht aus der... Nein, ich bin gar nichts aus der Viech, ne? Hier geht es gar nicht weiter. Okay. Hey! Also, der Baum war jetzt im Weg, okay? Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Okay. Ich glaube, so geht das nicht. Ähm... So geht das nicht. Blendbolzen. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Äh... Na, das war für nix. Okay. Also, ich lasse es mal sterben. Passt. Okay. Ähm... Ich brauche jetzt ein paar Minuten, bis ich mich da jetzt beruhigen kann. Okay. Unser Partner ist im Arsch. Wir haben... Ich habe ihn getroffen, glaube ich. So. Mal nachladen. Dann brauche ich auf jeden Fall, ähm... Wir haben überhaupt keine Bolzen. Ähm... Das wollte ich gerade nicht. Das wollte ich gerade nicht. Ähm... Ausrüsten. Wechseln mit R. Ja. Also, ganz ruhig jetzt. Wir schaffen das schon. Okay. Bolzen. Was haben wir hier? Buhne. Explosiv. Bolzen. Wir können herstellen, auch nicht wirklich viel. Kältebolzen. Blendbolzen. Habbohne. Explosiv. Bolzen. Ich würde sagen, baume da mal einen. Äh... Und die rüchte es mal aus. Ich wollte nachladen. Ah, ist nachgedacht. Was haben jetzt für einen? Ich habe gar keine Habbohne, ne? Au. Alter, ich will dich so denn erschießen, du Saufig. Haben wir was getroffen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall mal heilen. Wir werden jetzt mal den Erste-Hilfe-Koffer gleich mal benutzen. Aha, die Nebenwirkung. Okay. Okay. Aber das wollte ich mal testen, ne? Wie es ausschaut. Er bringt mich sowieso um. Ähm... Explosivbolzen. Scharfschützengewehr. Schrotflinde. Ja, ja. Bin jetzt wieder endlich normal. Ja, ich glaube, das war nicht so schlecht. Jetzt ist die halt leer. Ähm... Da ist unser Partner. Ich glaube, der ist echt hin. Alter. Na, da bin ich hin. Weg, weg, weg. Hat er sich das gerade runtergebissen? Alter. Hm. Ich glaube, das hat er sich gerade runtergebissen. Kann das sein? Dieses erländige Saufich. Oh je, Madonna. Ach, ich verdrück mich schon wieder. Ähm... Ja, meine Nerven. Was soll ich machen? Ähm... Ich wollte eigentlich jetzt den Frosty haben. Okay, da ist nix. Maa, Baum. Ich hasse Bäume. Park sind echt schlimm. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Gab das hat nichts gebracht. Dieses Fisch. Man sieht es einfach nicht. Und immer diese fehlende Ausdauer, ne? Das ist übelst. Hallo. Ich glaube, das bringt sie nix. Ich glaube, das bringt sie gar nix. Ich weiß nicht mehr, was ich denn besiegen soll. Ich habe eigentlich nix mehr. Keine Granate, gar nix. Ich glaube, das... Puh. Ich glaube, ich bin dann echt schon höchstwahrscheinlich am Ende, ne? Au. Was haben wir hier? Hey, das kann jetzt nicht sein. Ich werde wieder verrecken. Okay, jetzt ist er nicht gelaufen. Weshalb auch immer... Achso, weil wir verletzt sind, können wir nicht springen. Das ist ja klar. Aha, hinter mir. Super, ich habe auf die andere Seite geschaut. Wo bist du denn, Viech? Nein, da wiescht. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe gar nix. Hey, aber das gibt es ja nicht. Boah, ich will sterben, ey. Ich habe zu wenig Munition für alles, glaube ich. Ja, das kannst du vergessen. Ich verstehe das nicht echt. Schwachstelle Hals, schön und gut. Boah. Dieses Paralyse-Ding wäre cool, ne? Oder wie? Aber da haben wir ja nichts gescheitzt. Ähm. Nein, ich verdrück mich. Ich werde immer das scheiß Ding da. So, also. Die hier. Die kostet aber schon viel. Da wären die besser. Schau dir das an. Und wie hat er mir da genau zu rennt, ne? War hinterwischt? Glaub nicht. Ma, du Scheißwaffe, du Elendiger. Boah, ey. Das ist echt kacke. Wirklich. Ja. Wozu bemühe ich mich eigentlich? Warum hat man... Also echt. Der rennt mir sowieso so. Kann ich mich jetzt irgendwo raufstellen? Auf dem Baum oder so? Kann man sich hier nirgends durchschützen? Wusch und noch einen drüber. Abbring mich um. Ich schär mich nicht. Unglaublich. Wie soll das gehen? Ehrlich. Wozu brauche ich das grüne Scheißding? Ist eh für nix. Bis der schießt, ne? Schießt. Mach auf. Kaputt. Habe ich das fliege gerade geschlagen? Felix. Bring mich um. Ja. Boah, ey. Scheiße. Was das nicht einmal Messer hat. Du stehst gar nix. Boah. Boah. Ich hab' ja getroffen. Ist er strauchelt oder nicht? Die U-Bart. Hammer. Himmel, 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 Himmel. Ration, alle. Ration, alle? Warum das denn? Scheiße. Super. Und jetzt bei wieder nix. Ne? Jetzt hab' ich wieder gar nix. Wie es sich gehört. Aber da hätte ich schon ne Frage, ne? Warum zum Teufel? Wow, Munition. Wahnsinn. Wofür? Für welche? Schrot? Geil. Au. Hallo, hallo. Wo ist es denn? Was? Besiegt? Joseph! Ich brauch' ich noch das grüne Ding. Oh, es lebt noch. Soll' ich noch mal rein, oder was? Was ist? Ich hab' meine Brille fallen lassen. Fuck. Soll' ich jetzt heißen, ich muss da noch mal rein, oder was? Das ist aber nicht seiner Ernst jetzt, oder? Das ist jetzt nicht seiner Ernst. Nee, never ever ist das jetzt seiner Ernst, oder? Die wollen mich schon schälen. Das ist... Das ist... Das ist nicht seiner Ernst. Das ist nicht seiner Ernst. Warum? Warum, bitte? Mich trifft noch mal der Schlag, echt. Boah, die... Ich hasse Hunde. Boah. Okay. So wie ich das sehe, haben wir nix mehr an Munition. Ich hab' alles verballert. Ich bin eigentlich schon so gut wie tot. Ja. Natürlich kann ich nicht mehr durch. Josephs Brille. Joseph trägt diese Brille seit Sebastian in Cats. Hey! Hierher! Hierher! Schnell zurück, bevor das Ding dich findet! Was heißt da, schnell zurück? Was heißt da, Schnell? Die Arbeit ist schritten, oder? Kruzifix. Unglaublich. Ich habe ein bisschen Munition noch finden können. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Oh, das Kribbelfich, es müsste noch zum Besiegen gehen, oder? Kann ich da nochmal durch? Geh, komm. Echt? Die hätten die Umbringern sollen vielleicht? Ich glaube, das war ein Fehler, was ich gerade gemacht habe. Ich wiederhole es. So ein Aufwand für eine Brille. Ich wiederhole es. Für mich ist es blind. Ich hätte die Sautölle umbringen sollen, wahrscheinlich. Oje, oje. So, wie geht es jetzt weiter? Ah, hier. Ja. Überlebt, ja. Nicht gut. Habe ich wahrscheinlich nicht gut gemacht. Aber, ja. Ich meine, für das, dass es schwer ist, für mich noch umtreibend bleibt, glaube ich. Boah, komme ich eh nicht so schlecht voran. Nächstes Kapitel, bitte. Oh Gott. Gut. Was? Achso, der Part wäre auch zu Ende. Weißt du was? Beenden wir schnell den Part. Und ich starte dann im nächsten, das siebte Kapitel nochmal. Okay, lieben. Das war's dann für heute. Wünsche euch, ja. Einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.